Ja, das brauchen wir glaube ich alle noch eine Sekunde. Das ist ganz toll, vielen Dank, das mal vorab. Das ist sehr bewegend. Aber wir wollen ja diskutieren und das mache ich so, dass ich Ihnen zuerst die Gäste noch mal vorstelle. Mimi, die ich eigentlich nicht mehr vorstellen muss, weil wir sie gerade alle gesehen haben, bis in die letzte Einstellung hinein. Du bist Erzieherin in einer Berliner Kita, in einer jüdischen Kita in Berlin. Vielen Dank, dass du da bist, dass du mitgemacht hast und auch, dass du heute Abend noch mal da bist. Jael, Jael Reuveni, brauche ich auch nicht vorstellen, mache ich trotzdem, weil das so üblich ist. Du bist die Regisseurin der Serie, auch dir ein herzliches Willkommen. Du lebst seit 15, 16 Jahren in Berlin. Oder ist das indiskret, das zu sagen? Ich sage jedenfalls nichts über deine Kindheit, weil über deine Kindheit und Jugend in Israel kann man gerade sehr viel in einem Dokumentarfilm erfahren, der gerade in den Kinos läuft, der Kinder der Hoffnung heißt. Es ist dein neuster Film und ich kann alle nur einladen, die Gelegenheit zu nutzen und solange er in den Kinos trotz Pandemiebedingungen noch zu sehen ist, ihn zu sehen. Du hast Film studiert und dann zahlreiche, vielfach ausgezeichnete Filme gemacht. Da lese ich mal die Titel ab. Das war ein Dokumentarfilm, der heißt Erzählungen vom Verlorenen, ein Spielfilm Schnee von gestern und eben jetzt den Dokumentarfilm Kinder der Hoffnung. Du machst aber auch Kurzfilme und du machst immer wieder künstlerische Installationen, Videoinstallationen zum Beispiel. Eine sehr beeindruckende, die mich sehr geprägt hat, mit dem Titel Mesubin für die neue Dauerausstellung des Jüdischen Museums Berlin. Hetti Berg, Sie sind die Direktorin des Jüdischen Museums seit April 2020. Ich glaube, wir hatten noch gar nicht die Ehre, Sie in der Böll Stiftung zu begrüßen. Deshalb ein ganz besonderes Willkommen auch an dieser Stelle nochmal von uns. So ist das mit der Pandemie. Man kommt langsamer dazu, sich zu sehen. Sie sind Kunsthistorikerin, Theaterwissenschaftlerin und wenn die Biografie im Internet stimmt, sind Sie auch ausgebildete Tänzerin. Ist das so? So halb? Sie haben 30 Jahre lang im Jüdischen Historischen Museum Amsterdam gearbeitet, als Kuratorin, mit verschiedenen Funktionen, auch als Managerin des Museums. Sie haben dort sehr viele Ausstellungen und Projekte zur Geschichte des Judentums gemacht und zum jüdischen Leben. Und ich möchte mit einer Frage an Sie anfangen, weil Sie, so stelle ich mir das jedenfalls vor, unendlich viel gesehen haben aus diesem Themenkreis in Ihrem Leben. Jüdisches Leben, jüdische Arbeitswelt, jüdischer Alltag. Und mich würde interessieren, welcher Eindruck Ihnen eigentlich geblieben ist von dieser Serie, die wir gerade gesehen haben. Zum Ersten wirklich einen herzlichen Glückwunsch für dieses Projekt und auch an alle, die hier sind, die mitgemacht haben. Es ist so vielfältig und so viele verschiedene Aspekte werden angesprochen. Das finde ich sehr schön und auch, dass man so mit jedem Film dann die Personen ein bisschen mehr kennenlernt. Und das ist auch sehr spannend. Und für mich war das Höhepunkt, dass, ich weiß nicht das gute Wort, aber die Person, die der Zug fährt, der Lokführer, dann auch Vorsänger ist in der jüdischen Gemeinde. Das war so eine schöne Überraschung. Und das ist natürlich auch, wenn man Menschen kennenlernt, man weiß nie, wie man vor sich hat. Und man soll immer offen und neugierig sein, wenn man jemandem begegnet, weil jeder Mensch hat so viele Aspekte. Und das zeigen diese Filme ganz schön, finde ich. Ja, genau. Es funktioniert wie eine, tatsächlich, wir haben uns ja dann auch entschieden, es eine Miniserie zu nennen, ein verwegener Titel. Aber man hat tatsächlich das Gefühl, die Menschen näher kennenzulernen und schrittweise darauf zu warten, wie die Geschichte weitergeht. Das ist mir auch so gegangen. Ja, El, vielleicht ist das eine ganz gute Gelegenheit, dass du noch mal etwas ausholst und einfach erzählst darüber, wie du und wir auch zusammen eigentlich dazu gekommen sind, diesen Fokus zu setzen. Als wir am Anfang überlegt haben, welchen Beitrag könnten wir für dieses Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben machen, waren wir, ja, ich würde sagen, etwas konventioneller unterwegs. Wir haben gedacht, welche jüdischen Intellektuellen und Schriftsteller und Politikerinnen könnten wir denn jetzt befragen. Und vielleicht erzählst du an der Stelle weiter, wie sich die Dinge dann entwickelt haben und wieso das Ding systemrelevant heißt. Ja, so first of all, I will apologize for speaking English to my great shame, but just to be precise, I will be speaking in English. And first of all, I wanted to say a few thank yous. May I? Auf jeden Fall. To you and to the Stiftung that invited me to do this really fun project. It was really fun to make. To the people who were filmed who are here, some of them are here, and to the people who made the film with me, which is Yannick Bonica, the cameraman. Now, Malandau did the sound. And Jonas Dahl, who worked until yesterday, I think, on every little bit of sound here. So, really, a lot of work went into this. Yeah. So, when we started speaking, the idea was to speak to Jewish people who are involved in Germany politically, somehow. And because, also, I had already done this project, Mesubin, which is in the Jewish Museum, and then also turned it into a small series of films called Vier Fragen, which is also online. So, I really met a lot of Jews living in Germany, about 53 for that project. And I really wanted to do something else. And I really wanted to do something that kind of breaks the cliché. You know, there are quite a few Jewish people who are very visible in Germany. Classical pianists, journalists, you know, everybody is very... And it also maintains this German fairy tale about the, you know, the Jewish intellectual elite that is very popular here and is very comfortable for everybody. And for me, as an Israeli, it's a bit irritating because growing up in a country where a lot of Jews live, I have a different view of what Jews are, which is people, everything. And when we wanted to talk about people who influence German society who happen to be Jewish, and we were meeting via Zoom because this was lockdown two, three, four, one of them, then this term, system relevant, was flying around in the air. And the thought was, okay, a teacher, a schoolteacher who happens to be Jewish has much more influence or a lot of influence on German society. A social worker who happens to be Jewish has a lot more influence on German society, a policeman or woman, fireman or woman, etc. And we started speaking about it, and in my mind it started turning into like a children's book of professions. You know? The policeman. The train driver. Yeah, so this nice illustration. I thought, okay, let's have Jews in uniform. Okay, thank you. So, yes, very much people who are really part of the inner structure, really the fiber of this country, but don't cater to the usual image that most German people have of Jewish life in Germany. And, yeah, that's how it came to be. Wir hatten ein kurzes Vorgespräch und Frau Berg, Sie hatten gesagt an der Stelle, genauso wie Jael gerade, das ist ja das Normalste der Welt. Und in der Tat, wenn man darüber nachdenkt, natürlich ist es das Normalste der Welt. Wie sollte es auch anders sein? Und doch scheint es, das hat Silvia Löhrmann auch gerade in ihrem Grußwort nochmal gesagt, irgendwie für die deutsche Gesellschaft was Neues zu sein, jüdischen Alltag und eben die Jüdinnen und Juden, die wir gerade gesehen haben, in ihrem Alltag mit großer Selbstverständlichkeit zu sehen. Ist das eine Verschiebung, die Sie wahrnehmen? Jetzt, wo Sie seit anderthalb Jahren auch in Deutschland sind, ist das eine Wahrnehmung, die Sie teilen würden, dass die deutsche Gesellschaft da gerade lernt, eine Normalität zu entwickeln? Und ist das eigentlich eine gute Entwicklung? Das ist sicher eine gute Entwicklung und das wäre noch eine bessere Entwicklung, wenn es nur selbstverständlich ist, weil wenn man über Normalität spricht, gibt es auch eine Abnormalität. So, das ist natürlich schon, ich würde niemals sagen, ist normal, es sollte selbstverständlich sein. Und das ist auch in das Jüdische Museum Berlin, da gibt es eine neue Dauerausstellung seit letztem Jahr. Und wenn man die alte Dauerausstellung, die in 2001 geöffnet worden ist und die jetzige, sieht man auch sehr, dieses große Unterschied, dass es vielmehr auch das Thema von jüdisches Leben heute zeigt, dass sehr viele verschiedene jüdische Perspektiven gezeigt werden und dass man dieser ganze Vielstimmigkeit und Vielfertigkeit da auch begegnet. Und das ist natürlich sehr wichtig, weil die meisten Menschen in Deutschland haben immer mehr das Bild oder die wissen mehr über den Holocaust oder auch Israel, wie Mimi auch schon angesprochen hat, sind immer dieselben Themen, worauf man, womit man konfrontiert wird, so um vielmehr ein viel breiteres Perspektiv zu geben und auch all diese verschiedenen Juden und Jüdinnen zu zeigen, wie hier in den Filmen, diese ganze Vielfalt, das ist ja unheimlich wichtig. Mimmi, ich glaube, wir haben alle noch diesen letzten Satz von dir im Ohr, dass du nämlich genug hast von Corona. Ich erinnere mal, gerade als wir diese Filme gemacht haben, warst du im T-Shirt und wir alle anderen auch, weil das war hier im Hochsommer in der Stiftung. Und wir hatten, was man auch an dem anderen Statement merkt, das Gefühl, wir bekommen jetzt unseren Impfpass und dürfen, sofern das in diesem Haus erlaubt ist, den nächsten Flug in den Sommerurlaub nehmen. Aber jetzt sind wir geradewegs auf dem Weg in den vierten Lockdown und du hast es so eindrücklich erzählt in der kurzen Zeit, die du hattest, was das eigentlich für dich als Erzieherin in der Kita bedeutet hat, diese anderthalb Jahre Arbeit. Und mit deinem Einverständnis, ich würde eigentlich gerne noch mal ein bisschen mehr dazu hören, wie du diese letzten anderthalb Jahre erlebt hast und auch vielleicht, wie du jetzt gerade auf den Winter schaust. Ja, sehr gerne. Ja, wie ich im Film gesagt habe, es ging sehr schnell. Von jetzt auf gleich war die Kita zu. Und dann mussten wir kreativ werden, weil natürlich die Kinder zu Hause trotzdem ein bisschen Normalität haben sollten. Und wir haben dann für uns beschlossen, als Team, wir gehen digital. Wir haben dann den ersten Teil, haben wir jeden Morgen die Kinder zu einem Zoom-Morgenkreis eingeladen. Sprich, wir haben für sie am Bildschirm getanzt, gesungen, Fingerspiele gemacht, über Themen geredet, ihnen ein bisschen erklärt, was gerade los ist und haben das dann sehr schnell sehr viel ausgeweitet und haben dann kleine Bastelvideos gemacht, wenn wir in der Kita waren, haben ein Päckchen gepackt mit Bastelsachen, also mit Blumen für den Frühling oder für die Feiertage, Kleinigkeiten vorbereitet, ein Video dazu gedreht, das Video verschickt, die Pakete für die Kinder verschickt und dann konnten die Eltern zu Hause mit den Kindern das basteln, was wir mit ihnen in der Kita gebastelt hätten. Das haben wir dann weiter ausgeweitet und ausgeweitet, dass wir irgendwann einen kleinen Lesekreis hatten, wo ich dann einmal die Woche für die Kinder mehrere Bücher vorgelesen habe. Das war am Anfang gut besucht und irgendwann hatten die Kinder auch keine Lust mehr auf Zoom und dann wurde es immer weniger und weniger und dann konnten wir auch wieder zurück in die Kita, erst mit sehr wenigen Kindern und je länger die Liste der systemrelevanten Berufen wurden, desto mehr Kinder hatten wir dann letztendlich. Und am Ende des letzten Lockdowns war meine Gruppe voll, komplett. Also wir hatten ganz normal Betrieb. Ja, was am anstrengendsten war, war in der Tat eine Regelung zu finden, wie wir auch Kindern, die vielleicht nicht systemrelevante Eltern haben, eine Möglichkeit bieten können, trotzdem in die Kita zu gehen. Das war eine der größten Herausforderungen letztes Jahr für uns. Kannst du eigentlich was anfangen mit dem Begriff systemrelevant? Hast du für dich den Eindruck, du erfährst dadurch eine Wertschätzung, die du vorher nicht hattest? Oder erlebst du das eher, so wie du es jetzt gerade gestellt hast, Wege finden, um nicht systemrelevante Kinder, was auch immer das sein mag, in die Kita zu bekommen? Wertschätzen würde ich das jetzt nicht nennen. Es wurde auf einmal sehr viel Fokus auf diese Berufe gelegt, also auf Erziehende, auf Pflegende, auf Menschen, die in Berufen arbeiten, ohne die das System nicht funktionieren würde. Für manche wurde applaudiert, für manche nicht. Aber wertschätzend, also ich glaube, viele Eltern haben gemerkt, was sie an der Kita haben. Viele waren am Anfang sehr dankbar. haben das auch uns gegenüber immer geäußert. Die fanden es toll, was wir gemacht haben. Die waren für unser Engagement super dankbar, weil ihnen natürlich zu Hause irgendwann auch die Ideen ausgegangen, was kann ich jetzt noch mit meinem Kind machen. Was wir nicht schon alle gemacht haben. Aber richtig wertschätzend finde ich den Begriff nicht, muss ich sagen. Das ist so ein Stempel, das ist so eine Kategorie, da wirst du reingeschoben und dann bist du da. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, was euch acht mit dieses Projekt dann gelaufen ist, wirklich vereint, außer der Tatsache, dass ihr Jüdinnen und Juden seid, die in Deutschland leben, was ja auch oft man ehrlich gesagt vergisst, über weite Strecken der Filme, dann kommt es wieder auf und dann ist es auch wieder weg. Das finde ich sehr schön daran. Aber was euch wirklich verbindet, ist, dass ihr ja irgendwie alle acht für diesen Job, für eure Jobs wirklich brennt. Das hast du irgendwann auch gesagt. Und das, finde ich, merkt man da, also diese Leidenschaft für diese Berufe. Und insofern ist das ein schönes Berufebuch geworden. Aber vielleicht, Jael, hast du noch eine andere Sache, die dir hängen geblieben ist. Du hast ja auch schon wirklich viele Projekte jetzt über jüdisches Leben gemacht. Auch jüdisches Leben in Deutschland. Ich nehme an, du hast einige Leute, die dir auch immer wieder begegnet sind. Und vielleicht möchtest du auch mal ein anderes Thema aufgreifen, weiß ich nicht. Kannst du uns ja nachher verraten. Aber jetzt gibt es was, was du gelernt hast und mitgenommen hast aus dieser Arbeit? Ich denke, wir haben sehr Glück, mit diesen 8 Menschen, die wir filmten, die wirklich haben, ich denke, alle hier haben etwas zu sagen. Und auch, von einem filmen Punkt, eine wirkliche cinematic presence, wie auch. Und auch, als ein rainbower Mensch, es ist ein schönes Bild. Da ist ein Kindesart da. Für mich, und es war, natürlich, sehr nett für mich, zu machen, weil documentary films take years to make. Like, die filmen, die in den cinemasen, took, ich weiß nicht, sechs oder sieben Jahre zu machen. Und zu machen, dass es das Corona-crazinessen ist, jetzt war wirklich ein Luxury, als ein Film-Maker. Aber was für mich, wirklich, was interessant, für mich, ist, weil wir in 2018 gemacht haben, und wir waren für Leute zu interviewen, es war viel einfacher. For example, this question of, if to use names or not, was only relevant with children then. And I think something in the atmosphere in Germany changed. Was hat sich verändert, nach deiner Wahrnehmung? I mean, there are two things. There's one thing, that things actually happened, like Halle is mentioned here. But also, I think the discussion, the talk about the way these issues are discussed in Germany, the word antisemitism is much more in the media than it was when I first came here 15 or 16 years ago, but also three or four years ago. There's a talk, you also said about, you know, it's always Jewish life and antisemitism. It's somehow the word is very present. And of course, antisemitism was always here, sometimes more visible, sometimes less. So something in the way the people see themselves and their fear and their awareness of what can happen, I think, grew a lot in these. And since it became a topic when we were talking, when I was talking to potential protagonists, I thought it would be nice to put it in the film, the films themselves, this question of, do I out myself as Jewish? Do I feel safe to even participate in this project? Will I use my name? There was also a debate about blurring faces, for example. And really, three years ago, the discussions were not even close to there. So it also taught me something about what changed in the German society in between. Mimi, kannst du damit was anfangen? Hat sich für dich was verändert? Du sagst an der einen Stelle im Film, du möchtest in der Party oft inkognito durchgehen. Du bist es ein bisschen leid, dich erklären zu müssen für Dinge, die vielleicht gar nicht so viel mit deinem Leben zu tun haben. Ist das was, das... Also, Jaels letztes Projekt... Von wann ist das, Mesobin? Du meintest das Projekt vorher auch, ne? Drei Jahre ungefähr dazwischen oder vier Jahre? We were shooting in 2018 and it came out when the museum could open in 2020, in the summer. Ne, es hat sich nicht so viel geändert für mich. Also ich war schon immer relativ vorsichtig, weil ich auch schon in meiner Jugend sehr mit Antisemitismus konfrontiert wurde. Und da konnte ich mich nicht verstecken, weil meine Familie relativ bekannt war, dort wo ich herkam. Und das habe ich an Berlin und das genieße ich immer noch an Berlin sehr stark, dass man hier einfach anonym sein kann. Man kann das sein, was man möchte. Und gerade, wenn es um Religion geht, kann man das auch gut verbergen. Aber man kann es genauso gut zeigen. Und das ist etwas, was ich sehr genieße hier. Also ich kann mit meinem Magenda-Wed rausgehen, ich kann es nicht machen. Und das ist dann, ich finde es schön, dass ich das hier so entscheiden kann, weil in meiner Heimatstadt konnte ich das nicht entscheiden. Da war ich bekannt. Da wusste man, dass ich hütisch bin. Du hast das in einem Gespräch, das fällt mir gerade ein, Jael, du hast, wir haben einen E-Mail-Austausch gehabt mit Tamara Ohr, die uns tatsächlich sehr geholfen hat in dem Projekt. Und du hast gesagt, das ist eigentlich schön, wenn man den Luxus hat, seine Identität zeigen zu können oder auch dahinter zu verschwinden. Was die Israeli im Film auch sagt, manchmal möchte man einfach ein weißes Blatt sein. Ja? Ja, ich denke, es ist nicht über, für mich, nicht über, ich habe die Problem oder die Luxury dass ich ein Israeli ist, so viele assume ich bin Jewish, so ich kann, ich nicht, ich eigentlich nicht, ich nicht überhören, wenn ich oder nicht überhören. Und ich also nicht überhören hier. Aber ich denke, für mich, es ist nicht überhören, aber es ist eher über, ich meine, all die verschiedenen Identitäten das wir haben, wir haben, wir haben sie nicht überhören, zu dem auch, zu der gleichen extent, an every point. Es ist okay, wenn es manchmal, in many, many things ist. Jewish ist nur eine von ihnen, Israeli ist nur eine von ihnen, und die Jewish Identität in Deutschland ist so dominant zu den gut und den bad, dass es wirklich ein Relief ist, dass, du hast, da sind viele Filme hier wo die word Jewish ist, so wenn du nur watch, I don't know, the film about the last one where people are talking about Corona, you would never even know that these people are Jewish, that it's not even discussed. So it's nice that it can be also dropped in the back and then come back to the front. and this freedom is something that I wish for also in society here. Genau, es ist ja in erster Linie auch ein Projekt über Arbeit, also Berufe und Arbeit, das finde ich auch ganz schön. Frau Berg, ich wollte noch einmal anknüpfen an der Arbeit von Yael Rehouveni, weil sie ja auch im Jüdischen Museum mit dieser Arbeit Mesobin vertreten ist und fragen, ob für sie da, welche Geschichte da zwischenzusehen ist, also ob sie eine Entwicklung einfach auch in Yael's Werk sehen in der Auseinandersetzung mit jüdischem Leben in Deutschland, ob ihnen da was aufgefallen ist. Ja, wir haben in Mesobin und wie Yael Rehouveni gesagt hat, auch diese vier Filme auf der Website, so, das kann man auch da zu Hause ganz einfach sehen und wir haben auch die JMB-App, da kann man auch Teile von Mesobin sehen, das soll jeder machen natürlich, weil es ist wirklich, es ist eine der Favoriten Teile dieser Neue-Dau-Ausstellung, wenn ich Menschen frage, was hat ihnen gefallen, sagen sie immer alle Mesobin, so, einen ganz großen Dank an dir, Yael. Und da ist es auch, weil man all diese so 53 Juden und Judinnen in Deutschland und auch andere Gender aus Juden und Judinnen sieht in diesem Film und und das ist alles noch viel kürzer als hier. Hier bekommt man wirklich mehr mehr Information über die Menschen, man hört mehr über verschiedene Aspekte dort in das Museum geht es darum, wie verhalten diese Menschen sich zu ihrem jüdisch sein, was bedeutet es jüdisch zu sein in Deutschland heute und so weiter, sodass ist das jüdisch sein mehr der Fokus und hier ist es die die im ersten Sinne die Arbeit natürlich, weil das war das Idee und dann hört man all diese anderen Aspekte und das ist, dass man so diese verschiedenen Gesichter sieht und die verschiedenen Menschen hört, das ist dann dasselbe, aber es, ja, die Zeit, die man mit der Person verbringt, ist ganz anders und das finde ich auch ganz schön, dass gerade das ist in verschiedenen Situationen und für verschiedene Gelegenheiten, dass jüdisch sein eine andere Rolle spielt oder eine andere Rolle spielen kann, weil das vielleicht in verschiedenen beruflichen Situationen überhaupt nicht relevant ist oder nicht gewünscht ist oder das könnte dann das Prozess für die andere Person verstören und so weiter so, es gibt all diese verschiedenen Ebenen und so, man kann ein bisschen mehr ja, drin kommen in diese Filme und in das Museum, ja, da steht man auch, hier sitzt man bequem und kann sich diese sechs Filme alle hintereinander angucken und dort ist es mehr dieser Ausklang der Ausstellung wo man so ganz ganz viele Eindrücke bekommt und das gibt so einen schönen Geschmack von was das jüdisches diese verschiedenen Lebens in Deutschland sind. Du hast es vorhin schon erwähnt, aber vielleicht sagst du noch mal einen Satz dazu, wie man wie du die acht eigentlich gefunden hast. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen, denn zu den Besonderheiten in Deutschland gehört ja, dass man aus gutem Grund nicht ein Unternehmen anrufen kann und darum bittet, die Liste der jüdischen Mitarbeiterinnen vorzulegen und trotzdem ist es ja gelungen und es war nicht immer einfach. Vielleicht willst du dazu noch was sagen. Es war ziemlich eine Erfahrung. Ja, natürlich das BVG war sehr kooperativ, aber natürlich haben sie keine Idee, wer, wann, wie ist jüdisch, aber sie auch nicht komfort mit senden e-mail zu all die Mitarbeiter zu sagen, hey, ist jemand hier Jewish und wollen zu sprechen über es ? Sie tun diese in Germany. So, so, yeah, so, I mean, first of all, also mit a lot of help from Tamara and from the people we know in our surroundings so asking with a magical power of social media and also my secret, my professional secret, which is a beautiful column, yeah, a beautiful column in the jüdische allgemeine Zeitung called Portrait der Woche and I am, I think, their most trusty reader and it's all online and you can go back years in the archive and look for who was interviewed and portrayed there and I shamelessly stole characters from there and yeah, because it's really, but also from the content, you know, it's very easy to find people who are part of the, or fairly easy, who are part of the Jewish community or are public as Jewish people or are but there's a lot of, there are many other people who don't live their Jewishness to that extent. I mean, Mimi, for example, you know, works in a Jewish Kita, that's something that is, you know, that's one way that, you know, Judaism is very present, but for example, for the policeman, it's something that is completely in his background, it's not something that his colleagues even know about and I think a lot of people who are Jewish, somehow Jewish I know it's a topic now in Germany also, somehow Jewish are also for me part of this group and it's also the story I want to tell about being Jewish in Germany, so that was really harder to find people who are Jewish in different ways. Willst du dazu was sagen? Somehow Jewish oder ja, nee, ich meinte jetzt, weil du gerade diese Anmerkung fallen gelassen hast, zu sagen, wer Anrecht darauf hat, in Deutschland als jüdische Person gelten zu dürfen. Ja, I for me for me it's easy, everybody is welcome. You feel Jewish, want a bit Jewish, sometimes Jewish, Jewish on Monday, you can be in my project. It's fine. I am not a religious person, I don't need to follow the laws of orthodoxy, it's not interesting for me. The story of Judaism is very complex, a lot of people Mixed, mixed marriages Converted, converted back For me they're all part of the story So as a documentarist, as a person who's interested in people I'm, you know I leave these definitions to rabbis For me I'm a very, I'm a very liberal Kein Test zu bestehen, um Teil deines Films zu werden Vielleicht greift mir diese Frage von vorhin nochmal auf, Frau Berg Sie sind jetzt seit anderthalb Jahren im Jüdischen Museum Berlin Mich würde interessieren Wir sprechen jetzt gerade schon ein bisschen darüber Wie wird jüdisches Leben in Deutschland eigentlich thematisiert? Wer darf über wen sprechen? Worüber wird gesprochen? Sie haben gerade schon gesagt Da hat sich was verändert zwischen der ersten Ausstellung Der ersten Dauerausstellung des Jüdischen Museums Und der aktuellen Dauerausstellung Es geht mehr um Alltag, es geht mehr um jüdisches Leben in Deutschland Wie gehen Sie denn mit Alltagsgeschichte um? Ist das was, das Sie auch in Ihrer kuratorischen Praxis begleitet hat? Und das Sie auch stark machen wollen? Etwa im Sinne dieser Archäologie Oder wie auch immer man es nennen will Ethnographie des jüdischen Lebens? Ich denke, dass es auch in das Museum in Amsterdam Das Jüdische Museum in Amsterdam War das auch immer ein Thema Wir hatten auch so kleine Interviews Und auch in der Abteilung über Religion Wo verschiedene Positionen ins Judentum repräsentiert wurden So Menschen, die orthodox waren Oder liberal oder von Chabad Oder säkulär Aber dann dennoch das jüdische Ostenfest Pesach gefeiert haben Um dieses ganze Spektrum Danke Von jüdischen Erlebnissen Oder wie man das Judentum erleben will Und wie man selber diese Wahl macht Wie man das lebt Das haben wir dort auch gezeigt Und es gab auch einmal ein Projekt Jung und jüdisch Und dann haben wir so verschiedene junge Leute gefragt Und da auch so ein Dass sie ihre Geschichte erzählt haben Oder wie sie selber ihr jüdisch sein Form geben Und das ist jetzt auch in die neue Dauerausstellung Ist das sehr schön gemacht Das ist nicht nur mit Messubin Aber auch über wie Juden religiös ihre Lebeform geben Und ich denke, das ist wirklich wesentlich Um mitzugeben an die Besucher und Besucherinnen Und das machen wir auch in unseren Veranstaltungsprogrammen Wir hatten gerade in dem Kultursommer Sehr viele verschiedene Menschen aufs Podium Die auch verschiedene Positionen Darüber erzählt haben Ein schönes Vorbild war Das wir hatten von liberal bis orthodox Und dann dachte ich Ja, das ist so wichtig Dass Menschen das da Das Idee darüber bekommen Wir hatten niemand auf das Podium Glaube ich Die vielleicht nur Rabbiner Nechama Aber alle anderen Niemand war so So Erzogen worden In das Judentum Als dass sie es jetzt lebten So dass es etwas ganz Dynamisches ist Und dass man das in der Laufe eines Lebens Dass es ganz ändern kann Von ultraorthodox zu säkular Oder von säkular nach ultraorthodox Und alles inzwischen Es ist nicht eine feste Identität Und da haben Menschen in das Publikum Die waren total überrascht Das hatten sie nie gedacht Und das ist natürlich auch Ja, sehr gut Wenn diese Aspekte Mehr nach vorn kommen Und deswegen glaube ich Es ist auch Ja, sehr schön Dass dieser Film gemacht worden ist Aber auch Dass all diese verschiedenen Projekte Von das 1700 Jahre jüdisches Leben In Deutschland Dass das in dieses Jahr In so viele verschiedene Orte In Deutschland aufgenommen ist Und dass es auch so viele Menschen Die selber mitgemacht haben Weil wir Ja, das Judische Museum in Berlin Da macht Zeigt diese 1700 Jahre jüdisches Leben In Deutschland ständig Und wir bekommen glücklicherweise Viele Besucher Aber nicht genug Besucher Aus Berlin und Deutschland So Ich möchte dafür gerne werben Sehr viele internationale Touristen Aber In diese Ja, dass Durch so ein Dieses Jahr Auch so lokal Und so viele Menschen Sich damit beschäftigen Und All diese verschiedenen Projekte Gegeben Gemacht werden Das ist natürlich Super Und ich hoffe Das wird auch sehr viel Interesse Dass das weitergeführt wird Und Und dass 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 Menschen nur mehr Mehr bekannt werden Mit Mit dieses Aspekt Von der In der deutschen Gesellschaft Und es gibt natürlich noch sehr viele andere Aspekte Die es auch wert sein Um damit bekannt zu werden Weil es ist natürlich Hin und her Zwischen Verschiedene Gruppen Dass man nur sehr wenig Voneinander weiß Und das ist Ja Daran sollen wir alle Arbeiten Und glaube ich Ich habe Daran anknüpfen Tatsächlich noch Eine Eine Frage An dich Mimi Und dann Würde ich Sie Und euch Drei Nochmal bitten Vielleicht Zum Abschluss Zu überlegen Ob es noch Jeweils eine Frage An euch Untereinander gibt Die euch schon Die ganze Zeit Auf dem Herzen Oder ihnen Auf dem Herzen Brennt Und nur dadurch Nicht gestellt wird Weil ich Immer die Fragen Stelle Das können wir Dann gerne noch Einmal zum Abschluss Ändern Aber Mimi Das ist tatsächlich Was Frau Berg Gerade sagte Das mir auch Aufgefallen ist In der Serie Einerseits Durch die Montagetechnik Entsteht schon Diese Vielfalt An Positionen Aber auch In den Leben Selbst Und du Erzählst Irgendwann Das Judentum Ist irgendwann Für dich Wichtig geworden Und wenn ich Das richtig erinnere Mit Mitte 20 Oder so Das ist ja genau Dieser Punkt Und das Sagen sich das auch Einfach im Leben Phasenweise Oder auch Der Polizist Sagt es auch Ist Sagen in der Bayizistischen DDR Atheistischen DDR Groß geworden Das war nie Thema für ihn Dann wurde es Zum Thema Bei dir ist es Auch Thema geworden Auch das Möchte man sagen Eigentlich eine Selbstverständlichkeit Und aber auch Das wieder So ein Punkt Wo man Dann irgendwie Daran hängen bleibt Und Und denkt Na klar Ja genau Also mit 25 Circa Mitte 20 Habe ich Für mich festgestellt Dass mir so ein bisschen Was fehlt Und in meinem Leben Ich war Gerade dabei Mich in meinem Beruf Richtig reinzusetteln Und ich glaube Viele kamen auch Durch die Kita Wieder Und ich bin Jüdisch aufgewachsen Das heißt Wir haben Sämtliche Feiertage Gehalten Wir haben jeden Freitag Schabbatkerzen Gezündet Und Kedusch Gemacht Das hat sich Dann in der Pubertät Einfach ein bisschen Verlaufen Und irgendwann Habe ich festgestellt Es fehlt mir Also es Am Anfang Wusste ich Es fehlt mir etwas Und irgendwann Konnte ich dann Durch Auch durch die Arbeit In der Kita Sehr genau Den Finger drauf Legen Was mir fehlt Mir fehlte so ein bisschen Das religiöse Das spirituelle Die Tradition Ganz ganz stark Das hat mir gefehlt Und dann habe ich So für mich Versucht rauszufinden Wie möchte ich Mein Judentum leben Und finde eigentlich Ich mache es ganz gut Ich halte für mich Persönlich gut Die Balance Zwischen Tradition Also ich liebe Die ganzen Lieder Die wir Zu den Feiertagen singen Wenn wir das In den Melodien Meiner Die ich mit meinen Großeltern gesungen Habe Oder mit meiner Familie gesungen Habe Wenn wir die In der Kita Benutzen Ich freue mich Auch über Neue Melodien Aber mir geht das Herz bei anderen Bei den Alten Auf Und ja Irgendwie Ich habe auch Im Film gesagt Ich halte nicht Alle Feiertage Immer gleich Aber So jetzt gerade Freue ich mich Unfassbar Auf Ranuka In der Kita Es ist Ganz viel Gewusel Und gebastelt Und gesinge Und irgendwie Freuen sich glaube ich Alle Erzieher Und Erzieherinnen Sehr jetzt Auf die Zeit Und tauschen sich aus Was macht ihr Was bastelt ihr Was macht ihr Dieses Jahr Was macht ihr Für die Eltern Die dürfen ja nicht rein Zur Party Wie machen wir das Das macht super viel Spaß Und ich glaube ganz viel Hat mir da in der Tat Durch die Kita Hat mich wieder zurückgebracht Zu dem Wie ich mein Judentum Jetzt gerade lebe Und ja Ich mache es gerne Es ist schön so Cool Habt ihr eine Frage aneinander? I asked enough questions I think Here No more questions for me Fragen sind dein Thema Answers Gut Dann können wir uns auch An der Stelle Vielleicht bewenden lassen Wissend dass die meisten Uns ja auch Sowieso über Zoom zugucken Und dass die Aufmerksamkeitsspanne Bei diesen digitalen Veranstaltungen Leider beschränkt ist Ich kenne das aus Eigener Anschauung Nach langer Pandemie Ist man dann auch Selbst bei so super spannenden Filmen Irgendwann mal froh Wenn man zum Beispiel Zu Abendessen gehen kann Also Kleiner Abbinder Trotzdem noch Alle die Diese Premiere Verpasst haben Können sie nachsehen Auf Böll.de Slash Jüdisches Leben Jüdisch mit UE Das war natürlich Ein Satz zum Weitersagen Weil alle die ihn jetzt hören Haben die Filme ja schon gesehen Dafür ganz herzlichen Dank Dass sie alle dabei waren Ganz besonders wollen wir LehrerInnen Und alle MultiplikatorInnen Aus der politischen Bildungsarbeit Ermutigen Diese Serie auch für Ihre eigene Arbeit zu nutzen Das ist nämlich natürlich Für die Böll Stiftung Sowieso immer ein Anliegen Aber in dem Fall nochmal besonders Systemrelevant Steht unter Creative Commons License Kann also als Bildungsmaterial frei Genutzt werden Vielleicht nutzen sie ja Das Festjahr Und machen Eine Unterrichtsstunde Oder einen Projektkurs Oder so Zum jüdischen Leben In Deutschland Es gibt ja jetzt reichlich Hier Ansatzpunkte Auch für Diskussionen Mit Schülerinnen und Schülern Das würde uns natürlich sehr freuen Also wenn sie uns da Zurückmeldung geben wollen Oder auch einfach Zu dieser Veranstaltung Oder Jael Oder Mimi Oder auch Frau Berg Was wissen lassen wollen Was sie so denken dazu Dann finden sie unter Böll.de Unsere Kontaktmöglichkeiten Oder wenn sie gerade Auf Zoom sind Auch im Livestream Das war es für heute Passen sie auf sich auf Bleiben sie gesund Und bis bald Tschüss Tschüss